Meine kleine Kämpferin. Weißt du, Baby, wir gehören zusammen, wir beide. Alles Gute zum Hochzeitstag. Oh, danke. Hey, habt einen schönen Tag. Zurück! Sie wird mich niemals verlassen! Keine Bewegung. Theresa hat mir dein Video geschickt. Es läuft gerade überall in den Nachrichten und es hat schon eine Million Klicks. Wie fanden Sie Ihre Frau in diesem Video? Da ist ja Daddys Männchen. Kennst du mich nicht mehr? Ich weiß, was sie getan haben. Erzählen Sie uns, dass man sie festgehalten hat. Ein Sex-Klavi. Dein Mann und deine Stieftochter wissen von nichts. Noch ein Wort über meinen Mann und meine Stieftochter und ich schwöre... Das ist die Kim, die ich kenne. Benutzen wir sie als Lock-Vorwild. Lauf, Lippling, Lauf, Lippling, Lauf, Lippling. Also, raus damit. Wer hat meine Tröpfel? Sein Name ist Jack Devlin. Jetzt nennt er sich Patrick. Ich habe nichts gegen dich. Das ist nur mein Geschäft, mir nicht. Du hast uns angelogen. Wenn ich es dir erzählt hätte, was hättest du getan? Wie bist du hinkommen? Ich dachte, ich hätte das Schwein umgebracht. Sarah! Mein oberstes Ziel ist es, Ordway zurückzubekommen. Ich muss das beenden! Schätzchen, wenn du wieder auf mich schießt, überzeug dich, dass ich tot bin. Patrick! Du bist wirst du, wie bist du telefonifierst. thise ging umgeller, das ist klassisch. Für dich SYTS Tool du macht, sonst. Du bist bist du, wie bist du dir. Wenn du bist felschen kannst, wenn du dir das bist. Du bedeutet was saluteFE.